Heute wird's krass, ihr habt euch gewünscht, dass ich mal wieder verschiedene Lebensmittel mit Senf teste. Die gute Bautzen ist am Start und das erste, was wir testen, ist Salami mit Senf. Mega. Hese mit Senf. Auch gut. Sushi mit Senf. Mhh. Garnelen mit Senf. Mega. Senf Brotaufstrich mit Senf. Boah, Geschmacksexplosion. Jetzt wird's spannend. Pudding mit Senf. Das ist ein Zeichen. Das ist ein Zeichen. Ichtering legally. Ein Zeichen. ARD Text im Auftrag von Funk